Oh, Dennis ist ein Camper? Oh, oh Piss dich nach unten Gib ihm hart 1 haben wir 3 haben wir 4 haben wir 5 und 6 glaube ich noch Ja Oh, das ist der Buggy Bei mir zumindest Dennis macht extra diese Klassen Damit ich nicht den Buggy nehme Klassiker ist geil Mach mal Geländewagen Oh, das ist auf dem Schilf Was für ein Schilf? Das ist auf dem Containerschilf Geil, geil, geil Den hier Den kenne ich noch aus GTA 4 Der ist gut Mit Kabel Ach du Scheiße Was ist das von der Map? Die sieht so geil aus Pass auf, der meinte schnell runterfallen Was ist das für ein Auto? Benchy Alter Alter Fick Das ist doch nicht ernsthaft gemeint, oder? Einmal eine normale Map Mit einem normalen Auto Bitte Ja, Lügner Warum geht er rein? Und dann Ich schluss Das ist doch Predicted Einmal schlussendern mit mich wegtreten Er fliegt in das Loch rein Ist denn dieses zwischen den Containern geflogen? Oh my lord, das ist unlucky. Unlucky. Aber die ist kleiner als die Dings, glaube ich. Oder? Die mit dem Pool war die größte bis jetzt. Nee, das Dings war die größte. Die Insel war die größte. Das ist auch größer, aber es ist wenigstens gerade. Ja, der Bench hat... Jo, jo, was? Ey, Mann! Ich hab grad probiert, ob ich das Dach unterfahren kann. Wollt du uns an eine Runde? Das ist jetzt die Frage. Wird's mich verarschen? Nein! Seid ihr Pist sich jedes Mal? Seid ihr Pist sich jedes Mal? Seid ihr Pist sich jedes Mal und dann kommt der von hinten, die Mist geworden. Der kann nicht 1 gegen 1, nein. Nein! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Weil Dennis auch darunter gefallen ist. Ja, der hat nen Sieg! Oh mein Lord! Er hat mal auf Facebook posten. Er hat mal auf Facebook posten. Da schreit sie rum! Du bist auch ein Pinder-Z-Sex-Camper, du wartest jedes Mal! Sogar Kilo vertät die Meinung. Der Benchy, der ist scheiße. Ich rate euch nicht, den zu nehmen. Lass mal Dennis da unterwerfen. Sollte das ganz okay. Dennis hat das verdient. Ey, wie kann ich das Dach hochfahren lassen? So? Ich geh glaube ich dir rücktreten. Ne, das ist super. Ich geh doch nicht. Und Dennis fällt über die Löcher. Ja. Ja. Wenn man schnell ist, dann kann man das. Oh, ich hab einen Plan. Er hat gesagt, ich hab einen Plan machen! Nein! 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 Ich hab einen Plan! Ich hab einen Versteck gefunden, ne? Ich hab einen Plan! Dann ist er ein Kämpfer! Oh, oh. Wiss dich nach ihm! Nein, Jothan. Gib ihm hart! Oh mein lord! Jothan ist doch ein Wincher! Ja, Jothan gewinnt! Nein, nein nein! Nein, das ist doch nicht sein! Ja, dann zwei Winz hintereinander! Jothan etwa... Nein. Noob, noob, bin nicht lustig. Ich hoffe du verrickst es denn, Alter. Schauf, du gewinnst nicht. Ey, warum muss ich den Banshee nehmen? Ich dachte er ist gut. Ey, da stand grad links oben bei mir, dass Handbremse deaktiviert ist. Der Sled hast du. Ich kann nicht reißen dürfen sogar. Rief! Fick dich, Alter. Denn es ist einfach über die Löcher fahren, egal mit welcher Geschwindigkeit. Guck mal hier oben. Guck mal den Fett einfach, egal mit welcher Geschwindigkeit. Ah, ich hab den ja drin. Denn es hat man nicht mal einen Widerstand von dir bekommen. Ja, weil ich kein Grip hab, du Vollidiot. Plötzlich. Der Sultum ist aber auch krass. Ich kann, ich kann 100 Grad und nach einer Position drehen, aber ich kann nicht. Ich hab kein Grip. Ich muss euch von der Seite erwischen. Sonst hab ich keine Chance. Mit dem Wagen. Oder war das einfach, bis wir selber in Löcher reinfahren? Aber natürlich gewinnt Dennis im Zoom wohl auch. Ja, Kappa. Wer ist rechts, wer ist links. Lass mal durch, bitte. Ey, Junge. Fick dich, Dennis. Du bist so ein Vollidiot. Dennis ist so ein Camper. Du bist so ein Vollidiot, Junge. Was ist direkt auf mich? Oh mein Gott, wir gehen jetzt auf... Ey, du bist so ein motherfucking retard, ey. Wir gehen jetzt auf Dennis und die gehen jetzt auf Dennis. Natürlich gehen wir dann. Ich wollt grad auf meine Position gehen, aber nein, du musst mich natürlich stören, Alter. Oh mein Gott, ich geht jetzt sehr. Ich fahr am Ende auf euch zu, Camper. Ey, ja, das ist kein Camper, wenn du erstmal wartest, bis wir beide uns anlegen und dann kommst du von hinten. Ich bin jetzt hier kurz gefahren. Ich leg mich mit keinem an, ich will einfach auf meine Position. Ihr kommt zu mir an, ihr Wix. Dennis, du bist jetzt so tot. Ich bist tot. Dennis, Dennis der Erste, der stirbt, Alter. Jetzt so, wir fahren beide an Dennis vorbei, Sterne gewinnen. Nee, ich... Ja, dann halt ihn hin, ich mach mit Speed voll hoch. Der ist bei mir. Jathan, ich steck fest. Ich steck fest. Jaja, er sagt ich steck fest. Dennis sagt, ich höre euch auf. Und Dennis fährt einfach weiter. Ich steck mich fest. Ich kann mich nicht bewegen. Hier, bleib bitte. Ich kann mich nicht bewegen. Ey, Jathan, ist alles an dir. Ich brenne. Ich brenne! Ja, das liegt an dir. Dennis hat mich irgendwie komisch reingebackt, deswegen bin ich gestorben, aus dem Cheater. Ja, genau. Dennis bekommt nicht einen Widerstand, der fliegt noch nicht mal zurück, ein Zentimeter, noch nix mal. So. Jetzt hält... Ah, es geht noch eine Runde, ja? Dennis ist schön Hex. Ok, ich helfe jetzt Jonathan, den Sieg zu bringen. Da ist auch meine Position. Oder noch diese Kriegsposition. Die Muschel ist so göttlich. Junge, du bist sowieso ein Wichser. Du bekommst noch nicht mal einen Wichser, was willst du mir erzählen? Can't wait! Da ist Dennis. Watch out, watch out! Watch out, watch out, AKO! Dich! Läuf! 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 Piss dich anu! Ich hab gewonnen. RIP Junge, meine Schwester! Hey, was denn? Wie sagt sie, sie wird schlafen gehen? Sagst du ne? Na gar nicht Oh, ihr habt gezockt Denn die Prüfungen sind endlich vorbei Aber sie hat nächste Woche Prüfung Ja, das ist nicht dein Problem Ah, wir prüfen, also nicht zu mündlichen Sag ist nicht mein Problem Ich glaube, du wirst denn, dass ich zählt gegangen Ja, dann siehst du mich Wo bist du? Ich bin links von dir, Kero Du musst da hin, ich bin direkt hier Ja, ja, ja Willst du mich verarschen? Der packt sich da einfach raus Raus mit ihm! Danke Ich weiß, ich bin jetzt dein Attentäter Ja, da Nicht gewonnen, Kero, gut gemacht Ich hab dich und mich rausgenommen Also ich hab da nichts gewonnen 11k, nice Geil, Alter, 8,8k Hast du so verdient, Dennis 8,7,8k Ey, was hab ich denn mit dem Spuren anzunehmen? Ja, was ist das? Das hat diese Loch im Fänger, Alter Die war für ehrlich, geil War nicht geil Die geil, die bist ein Hicker 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 Oh Gott Das ist am Flughafen Sieht man am Flugzeug im Hintergrund Das ist diese Dings, wo man im Kreis fahren kann Wo man an der Wand fahren kann Wo man an der Wand fahren kann Ah, da oben am Turm Ich glaub das ist das, ja Das da Mach mal mehr Runden Ähm Geht nur 2 Oh, das ist voll groß Dennis macht Coupés halt Okay Ey, lass mal alle Mini machen, wenn du bei Coupés bist Das ist nicht, wer bist bei Kompaktwagen Ah, fuck Oh mein Lord, ich weiß nicht was was ist Mach das Ich hab keinen Plan Bitte, bitte gute Wacken Oh mein Lord Oh mein Lord Oh mein Lord Hörter hat ein Taxi glaube ich Taxi? Wir haben alle das gleiche Wir haben alle die gleiche Scheiße XS Ja? Ja, ja, sein XS Was soll man denn hier rausfliegen, Alter? Was soll man denn hier rausfliegen, Alter? Jetzt hat er den Fall Jetzt hat er den Fall Ach du Scheiße, ich bin da fast rausgeflogen Der Motor dreht schon durch Mushy, Alter Halb, 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 fucker Land, komm schon Viel Ich dich Ah, ist da wohl noch halb, endlich krön auf dem Raum Ich habe dieses Auto Der Motor mit dem Auto anstrengt Mal gucken, wer als erster rauskommt bei der Geschwindigkeit. Ja, da läuft jetzt halt jeder ab. Der Trifugalkraft, mein Freund. Mein Auto hebt dabei. Die Mitte müsste es auch so ein Loch geben. Wir haben noch eine Minute, ne? Uns 20 noch. Da kommt Sudden Death. Da schlägt sich so ein Kreis. Ja, was kommt dann? Wird er auf der Kreis klein oder nicht? Oh, blöd. Eine Minute auf der Uhr. Okay, er setzt so einen Angriff an. Oh, Pfosten. Und... Ja, was haben wir denn einen Tacklen? Wie hast du mehr Kraft als ich? Weil er schwarz ist. Ah, verdammt. Eingelferkehre wieder nehmen. Wenn wir jetzt nicht setzen konnte ein. Oh, schöner Eingelferkehre. Oh, der fliegt halt. 25 Sekunden auf der Uhr. Sie müssen sich beeilen. Oh Gott. Doch, es sieht so aus, ob es... ...zaden Death kommt. Weil diese Autos scheiße sind. Doch nein, was ist das hier? Verdammt. Und... Es wird definitiv... ...die Verlängerung werden. Oh Gott, das ist dumm. Er geht aufs Kreis raus. Hä, willst du mich verarschen? Ich bin mit meinem Auto im Kreis drinnen. Ich kann aber nicht drinnen bleiben. Ihr bist nicht abgezogen. Du musst ganz drinnen sein. Ja, fick dich, Alter. Das ist voll unfair. Vor allem Kira ist fort incident im Kreis drinnen. Ja, weil Jotan ist ja... Also der Kreis ist, wo beide sind. Und... Jotan ist direkt rausgefahren. Ich hab die ganze Zeit diese... Dings Musik von... ...Mexico. Hau Dennis weg! Oh, Kira, Kira, geh ihn weg! Guck mal, ich bin stärker! Kira, ich bin stärker! Ich muss anlaufen. Gib mir Angst, du sagst! Ja, genau, Mist. Oh, das ist der falsche. Ne, das ist der richtige. Das ist der richtige gewesen! Lol... Sieht so lustig aus, wenn du so ausgibst. Gib doch Dennis nicht mehr! Nein, gib ihm, gib ihm! Er ist lila, er muss sterben. Anne, hör auf! Der Auto! Sag mir den Weg nach! Gib ihm, gib ihm! Gib ihm, gib ihm! Gib Dennis, gib Dennis! Ey, das ist so bad! E-Bone! Hör auf mich zu mobben! Er soll auch nach außen, nicht in die Mitte! Nein, in die Mitte ist gut! Danke! Danke, jetzt wirst du fahren! Haha, trupp! Hm, es ist die Mutter auch von denen. Ja, feine! Ich hab, der hat keine Glück. Ah, fuck! Ey, die Möppchen sind so kack mit diesen Autos! Na, bei mir! Schieb von hinten an! Ah! Opfer! Fotze, Fotze! Oh, no, 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 no. Bitte fang mich doch, fang mich doch, fang mich doch! Fang mich doch, du Fotze! Fotze, Fotze, Fotze! Fotze, Fotze! Ey, Kittel, lass ihn einen Kreis! Ey, Kittel, lass ihn einen Kreis! Ey, stimmt! Wo bist du? Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, der... Was? Und der lag sich wieder durch? Oh, ich bin drin! Oh mein Gott! Ich hab den Kreis gar nicht gesehen, was war... Da bin er wieder! Dann ist anschieben! Nein! Den ist so... Hä? Du bist ein Farsch! Eint, der Kreis wird kleiner, der Kreis wird klein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Alter! Oh, ich kann nicht wenden, Mann! Ihr bist so kacke! Okay, ich hab keinen Bock mehr. Aber das war ne gute Runde, das war ne gute Runde. Das war ne gute Runde, ja. Dann müssen wir noch eine Runde machen. Mhm. Und dann, als du bist und bleibst trotzdem eine Missgeburt. Ich auch. Ich mag die Web-Night, so. Kann aber auch an den Wagen liegen. Mit dem Buggy war's geil gewesen. Ich mag den Wagen. So ein Taxi-Wagen. Mit schnellen Wagen wär das hier cooler. Jop! So ein Taxi-Wagen. Kann man das mit LKWs machen? Seh ich nen Ander. Irgendwer macht allein gegen uns. Wie drifts dich so? Ich bin auch. Dein Wagen ist, der keinen Griff hat. Ey, Dennis, wie machst du das? Der Rest liegt gedrückt heute. Hier, den hier, Alter. Ja, das hat ich von dir. Den hier. Oh, fuck. Bam, Alter! Tick ihn doch! Tick ihn doch! Ach, sorry! Nein! Oh, nein! Beide sind raus, Alter! Jawohl, ich hab gewonnen! Ihr habt euch rausgekickt! Nein, wir sind rausgefahren. 10.720! Kennen Sie, wie viel hast du? Hey, ich bin jetzt nur durch die Sumo-Dinger, bin ich 2 Level aufgestiegen. Tick ihn dochter. Schiff, ich bin jetzt nicht in die Sumo-Dinger. Somit ein Auto-Dinger.